Ich befinde mich hier am Hauptplatz in Linz und Linz bzw. ganz Oberösterreich hat momentan große Sorgen, denn die Zahl der Corona-Infizierten nimmt rasant zu. Drei Schlachthöfe in Oberösterreich, in Braunau, im Gebiet von Wels und bei Ried im Innenkreis wurden die Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet und das hat sich auch relativ stark weiter verbreitet. Alleine ein Mitarbeiter eines Schlachthofes hat zehn Personen, mit denen er Kontakt hatte, infiziert, aber das ist nicht das größte Problem hier in Oberösterreich. Bei einer Glaubensgemeinschaft, bei der hauptsächlich Rumänen sind, die hatten Treffen an drei Plätzen und dort haben sich mehr als 120 Menschen mit Covid-19 infiziert. Nun überlegt die Landesregierung in Oberösterreich natürlich auch Schritte. Unter Umständen kommt es sogar zu einer Maskentragepflicht wieder in Oberösterreich, aber das wird noch im Krisenstab besprochen. Momentan hat die Landesregierung gesagt, wir haben wieder eine Maskentragepflicht in allen Ämtern bei der Landesregierung, in allen Arbeitsplätzen bei der Landesregierung und das ist auch gut so, um die Infektionen zu stoppen, um die Infektionsrate möglichst gering zu halten. Ein generelles Maskentragegebot wird es wahrscheinlich nicht geben, aber wie gesagt, da wird noch diskutiert und da wird noch abgestimmt, ob man dadurch diese Cluster in Oberösterreich stoppen kann bzw. verkleinern kann, um eine weitere Infektion hier stoppen zu können.